Äh, hallo, hallo, Entschuldigung, nur eine kurze Frage bitte. Was sagen Sie zu den neuesten Transfergerüchten? Hallo? Äh, wie steht es um die Champions League in 2017? Bitte? Äh, wie fühlt sich 2016 jetzt an, so mit RB Leipzig und so? Äh, wenigstens einen Neujahrsvorsatz? Tja, hier ist wirklich keine Seele. So leer habe ich das Gelände hier noch nie gesehen. Sieht so aus, als ob der FC Bayern auch mal Urlaub macht. Was mache ich überhaupt noch hier?